Wie ich einmal Buddhist war. Ich traf die beiden in einer Bar in Mitte. Über einen Teller Nudeln gebeugt, hatte ich die Leute beobachtet, die in dem Laden herumhingen, wie sie versuchten, sich zu amüsieren, aber nicht wussten, wie das geht, wie man das macht und was das überhaupt ist. Arme Säue mit halbwegs Geld eben. Die Stadt ist voll davon. Also kaute ich und schaute aus dem Fenster, und da sah ich die zwei. Ich winkte, und sie kamen herein. Sie pellten sich aus ihren Mänteln. Wir begrüßten uns herzlich. Dann war es plötzlich still. Es war lange her, dass wir uns gesehen hatten. Sie musste jetzt Ende 30 sein, und sie sah immer noch klasse aus. Ein roter Lockenkopf und kluge blaue Augen in einem Gesicht, das außer viel Verstand auch Mitgefühl verriet. Und für die Schlichtgestrickten, die ohne Antennen für sowas durchs Leben hindurch müssen, war auch sonst reichlich zum Gaffen da. Ich hatte sie bestens in Erinnerung. Mitte der 80er hatte sie bei einer Party in dem besetzten Haus in Kreuzberg, in dem sie wohnte, Schweinsköpfe an die Wände genagelt. Und jede Menge echte Schweinsköpfe vom Fleischer, um die sogenannten Humor- und Toleranzgrenzen ihres sich selbst super in Ordnung findenden linken Milieus auszutesten. Knapp gesagt, sie wollte wissen, was die Leute, die sich ihre Freundinnen, Freunde, Liebhaber, Kommunaden und Genossen nannten, angesichts einer eher kleinen Provokation wohl tun würden. Und ob sie sauer wären. Sie waren. Und wie. Und hatten sich damit, so stand es zumindest für die Provokatöse felsenfest, entlarvt. Was auch stimmte, weil sie verdruckst herumlaberten, was das sollte, und dass das nicht wirklich okay wäre, anstatt so aufzudrehen, wie sie es gern getan hätten. Mir gefiel die Sache, weil ich den längst unerträglich gesetzt gewordenen Hausbesetzerspießern gern dabei zusah, wie sie sich in ihrem Herumlavieren blamierten. Wenn ich auch nicht leugnen kann, dass die Provokation einiges von der Fadenscheinigkeit der RAF-Nummer hatte, wie irre das Röckchen zu heben und dann, wenn einer den Schwanz hervorholte, erwischt, erwischt, faschist, faschist zu kreischen. Nicht unähnlich übrigens der Masche, mit der auch Henrik M. Broder lange Zeit durchs Land zog, antisemitische Ressentiments Vollrohr mobilisieren und bestätigen und dann, wenn endlich ein paar Widerlinge drauf reingefallen waren, triumphierend Antisemitismus jodeln. So billig diese Nummer auch erscheinen mag, so hat sie aber doch ihr Recht. Man kann schließlich aus Leuten nur das herauskitzeln, was in ihnen steckt. Es ist nur die Frage, ob es klug und weise und sonderlich beweiskräftig ist, das zu tun. Auch der Begleiter meiner alten Freundin war gut in Schuss. Sechs, sieben Jahre zuvor hatte er noch als Kellner in einer Kreuzberger Kneipe die Gäste angeschnaut, um sich miesen Junk kaufen zu können. Jetzt trug er schweren Tweed und war einer der wenigen Männer, denen ein Schnurrbart wirklich gut stand. Mit seinem breiten Lächeln sah er aus wie ein Zigeunerbaron, und er benahm sich auch so, ausladend, ungeniert und fröhlich. Meine alte Freundin setzte sich neben mich, ihr Begleiter nahm Gegenüber Platz. Er bestellte sich einen Saft. Wenn man ihn so ansah, frisches Gesicht, gut herausgeputzt und den Schalk in den Augen, hatte er sein altes Drogenproblem offensichtlich in den Griff gekriegt und war nicht, wie viele Ex-Junkies, nach dem Entzug einfach auf harten Alk umgestiegen. Ich freute mich, für ihn und ganz allgemein. So häufig sind richtig gute Nachrichten ja nicht. Wie es denn ginge? fragte ich meine alte Freundin, und sie meinte, na ja, finstere Zeiten, Rechtsruck, immer mehr Arschlöcher unterwegs, dazu die vielen Arbeitslosen. Moment mal, hakte ich ein, wenn ich Nachrichten hören will, kann ich das Radio einschalten. Wir haben uns ewig nicht gesehen, und du erzählst mir lauter Sachen, die ich schon weiß? Ihr Begleiter grinste sich eins, sagte aber nichts, und sie fing noch mal an, ätzend sei das, alle wahnsinnig geworden, guck dir doch die Leute an, nur Scheiße im Kopf, und ich sagte, klar, was sonst? Aber wie geht es dir? Was hast du gemacht im letzten Jahr? Doch nicht zu Hause gesessen und Arbeitslose gezählt, oder? Aber sie hörte mich nicht, war schon ganz drin in ihrer Litanei, spulte das Programm ab, ich kannte es gut aus unseren aufgeklärten Kreisen, hätte aus der Erinnerung mitsprechen können und plötzlich, so gern ich sie hatte, und so sehr es vielleicht ja sogar auf irgendeine Weise stimmte, was sie sagte, konnte ich ihren Sing-Sang nicht mehr hören, diesen Brei aus Unpersönlichkeit, allgemeinem Durchgekaue, Restpolitik und Rechthaberei, und weiß der Nesquik, was mich juckte, jedenfalls hörte ich mich auf einmal sagen, als Buddhist sehe ich das schon etwas anders. Ihr Redefluss ebbte ab, verstummte dann völlig, sie fixierte mich mit sich weitenden blauen Augen, in ihrem Kopf arbeitete es, man konnte dabei zusehen, beinahe die Scharniere quietschen, es rattern und knacken hören, und dann hatte sie die Information, die keine war, einsortiert, wußte wieder Bescheid und sagte, ach so, du also auch. Mit Mühe unterdrückte ich den Impuls, zu lachen und nie wieder aufzuhören damit. Ich ahnte, was in ihr vorging, 15 Jahre Zugehörigkeit zur deutschen Linken hatten sie nur eins gelehrt, mit allem zu rechnen, mit jedem Irrsinn, mit jedem Verrat, mit der absoluten Bereitschaft zur Beteiligung an jeder nur denkbaren Schweinerei. Konnte man ihr es verdenken? Ehemalige NATO-Gegner hetzten junge Leute zur Bundeswehr, oder wollten sie als Blauhelme verheizen. Ex-Maoisten machten für die Rechten die Schmutzarbeit, schrieben Bücher über das, was sie sich anbiedernd die Verbrechen der Linken nannten, und wollten ständig mit Nazis reden. Aber dass man mit dem kleinen Wort Buddhist, die Ich-behalte-den-Durchblick-egal-was-passiert-Maschine anwerfen konnte, erstaunte mich doch. Ich schaffte es, ernst zu bleiben, und mit dem seriösest mir möglichen Blick sagte ich noch einmal, als Buddhist sehe ich das schon etwas anders. Zum Beispiel die Arbeitslosigkeit. Das ist doch gut. Sieh dich doch nur mal in diesem Laden um. Die Leute haben garantiert alle was zu arbeiten, und entsprechend ein bisschen Kohle. Und? Hat es ihnen was gebracht? Diesen stumpfen Visagen? Die machen ihren Trott und sind schon jetzt so verblödelt wie der Maloche aus dem Bilderbuch des Sozialarbeiters nach zwanzig Jahren am Band, halten sich dabei aber noch für oberschlau. Die muss man mal aufwecken, ihnen derartig den Boden unter den Füßen wegziehen, dass er ihnen ins Gesicht haut. Ich log, dass mir beinahe der Schweiß ausbrach und hatte höllischen Spaß dabei. Ich blieb in Fahrt. Wenn du die befreien willst, musst du sie freisetzen, damit die mal umdenken. Nimm zum Beispiel die Leute, die meinen, sie hätten ein Anrecht auf einen sicheren Arbeitsplatz. Wie weit sind sie denn damit gekommen? Jetzt hängen sie in der Ecke, sind fertig, maulen und geben anderen die Schuld an ihrem miesen Leben. Anstatt sich zu freuen, dass endlich mal was passiert, dass sie aus ihren schlechten Gewohnheiten reißt, meckert die unerleuchtete Bande noch und reißt den Hals auf. Die sind doch nicht mehr zu retten. Mit unverhohlenem Ekel und Abscheu sah mich meine alte Freundin an. Du predigst dir den reinen Neoliberalismus, zischte sie und ihre Stimme zitterte vor Wut. Selten hatte mir das Lügen so viel Vergnügen bereitet. Unsinn gab ich zurück. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, Neoliberalismus. Aber was Buddhismus ist, das weiß ich. Nicht stehen bleiben, neue Wege gehen, geistig in Bewegung bleiben, Erkenntnis gewinnen, raus aus dem Mußtopf. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ihr Blick war jetzt eher ungläubig. Ich musste zügig nachlegen. Du gehst also zu deinem Job, sagte ich, aber dein Job wurde eingespart. Oder jemand anderes hat ihn und dir sagt man Tschüss und kommen sie nicht wieder. Darüber kann man sich aufregen und rumflenden und womöglich noch einen schmierigen Advokaten auftun und seine Lebenszeit damit verschwenden, Prozesse zu führen und das alles wegen ein paar Kröten oder weil man zu unbeweglich ist, etwas Neues anzufangen. Wie unwürdig und verantwortlich dafür sind diese Gewerkschaftstypen. Die haben den Leuten seit 100 Jahren erzählt, es ging um ein paar Mark auf Tasche und um ein Leben wie auf Schienen. Die haben doch die Leute kopfmäßig erledigt, die jetzt arbeitslos sind und sich nicht mal vorstellen können, was sie mit ihrer Zeit überhaupt anfangen könnten. Langsam schaffte ich mich richtig rein in die Sache und je angewiderte mich meine alte Freundin ansah, desto mehr Freude hatte ich. Beinahe glaubte ich schon selber an das Zeug, das ich da erzählte. Du kannst aber auch furchtfort den Spieß umdrehen, nicht lamentieren und mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern kapieren, dass du selbst einen Fehler gemacht hast und deine Lektion lernen. Wenn also dein Job weg ist, nicht stumpf Unrecht krakehlen oder Kapitalismus, sondern dich verbeugen und sagen, danke für die Befreiung von Ballast, danke für die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Aber wer macht das schon? Von der Gewerkschaft Gehirn gewaschen sind die Leute völlig fixiert auf ihr schäbiges Leben und auf den Schmutz, in dem sie sich eingerichtet haben. Wenn denen überhaupt noch einer helfen kann, dann ein Jobkiller. Und den Job würde ich gern machen. Leute in die Freiheit entlassen. Ihnen sagen, geh mal spazieren, das Brett vom Kopf, sieh aus dem Fenster und lern was. Entweder gehen die zugrunde oder sie kommen richtig aus dem Quark. Entdecken verschüttete Instinkte, entwickeln neue Energien, die Schiene. Ich lächelte selig. Meine alte Freundin stand auf und zahlte. Höflich, aber kalt verabschiedete sie sich, während ihr Begleiter mir neutral zunickte. Ich wusste, was die beiden über mich reden würden, kaum, dass sie auf der Straße wären. Der Jagdschein war mir sicher. Das stimmte mich zuversichtlich. Wer Erleuchtung will, muss Opfer bringen.